Haben Sie schon mal bei Subway gegessen? Ja! Mögen Sie das, oder nicht? Ja, Chicken Teriyaki, man. Ich habe einmal so ein Sandwich gekauft, dann habe ich das dann nicht gegessen und weggeschmissen. Junge, ohne Witz, das sollte man geschlagen, Alter. Junge, nein! Oh, hey, oh, no! Oh, hey, oh, no! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe uns eingebaut wie so ein richtiger Bro! Oh, ich falle! Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, das war MLG, hast du das gesehen? Yo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Cheating. Heute mal dabei ist Subway Z. Hallo Hacking Freunde. Man, du übersteuerst immer so bei deiner Ansage. Ja. Ich habe einfach keine Kiste, danke. Das ist eine Besonderheit meiner Ansage. Hier, ich kann dir ein paar Sachen spendieren. Danke. Das ist ein paar Blöcks. Ein paar Blöcks? Hast du auch ein paar Rüst? Ein paar Rüst habe ich leider nicht. Okay, dann müssen wir wohl in der Mitte gehen. Ich habe einen Enderperl. Okay, das... Ich kann sowieso... Ich kann eine Enderperlen werfen, hier kannst du haben. Warum kannst du keine Enderperlen werfen? Warum kannst du keine Enderperlen werfen? Ich weiß nicht, weil... Junge, der ist ja langsam, Alter. Oh, schau, wo ich bin, haha, ich habe mich teleportiert. Und du kannst keine Enderperlen werfen, ne? Mhm. Oh, das war ja schon ein Gegner hier. Oh, what the fuck, der hat Diamond Equip. Oh mein Gott, ich habe... Du hast es geschafft. Diamond Swardo. Sehr gut gemacht. Ey, hier kannst du ja... Amos snacken und so weiter. Okay. Where is it? Was hast du getan? Was hast du getan? Ja, liegt am Boden. Man denkt so, ich gebe das hier eine Kiste wie so ein Legit. Ja. Hier liegt irgendwas so am Boden, aber ich... Nee, dann auch was besser. Egal. Vielleicht, ey, vielleicht hast du was Schönes für mich, wer weiß. Hm, mal schauen. Ey, ey, ich habe gar nicht gewusst, ne, das weiß ich auch seit letztens, dass ein Eisenhelm gleich stark ist wie ein Goldhelm. Okay. Ja, das ist schon länger. Wusstest du das? Ja, weißt du das? Weil Eisen besser ist als Gold. Wenn sie meinen. Ja. Äh, ne, äh, die sind gleich gut. Ach, gleich gut? Ja, ohne Witz, das haben mehrere Leute bei mir kommentiert, ich wusste das gar nicht. Angeblich. Angeblich. Also vielleicht stimmt's ja nicht, ne? Ja, darunter will ich eigentlich nicht... Ich interessier mich ja nicht wirklich für sowas, also woher soll ich... Soll ich so MLG machen, XD? Hast du Wasser oder so? Nee, ich habe Koppel. Okay. Warte, ich komm auch rein, IO! Naja. Ja, du, du... Du Schmarotzer, Alter. Schmarotzt hier unter MLG weg. Okay, pass auf, dass du nicht unterfällst, Velocity ist immer noch nicht vorhanden, so. Also komplett Velocity meine ich. Ja, das ist klar, aber das juckt mich halt nicht. Ja, mach du den. Kaputti. Ja, komm, jetzt baut er sich doch nicht hoch, oder? Alter. Junge. Das ist so hässlich, ich wette, der hat so die Haze-Let's-Ex gesehen, aber so sagt, es pisst nicht an, wenn sich Leute hochbauen und jetzt hat er sich hochgebaut. Junge, nein! Oh, hell no! Oh, hell no! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe uns eingebaut wie so ein richtiger Bro. Geh mal nach unten, mach Kopf-Web hin, weil der macht gleich wieder so ein Ding hin. Ich erst mal schnell einen Gold-Apfel, warte. Hast du eine Axt oder so? Ich habe eine Axt. Ja, ich habe dir eine gegeben. Das ist so lächelig. Junge! Boah, ich falle! Oh mein Gott, Alter, das war MLG, hast du das gesehen? Haben wir gewonnen? Ja, ich habe mich mit einer Kopf-Web gerettet, Alter. Richtig, Bro. Alter, ich glaube, du wärst dann zwerig. Ja, nee, Digga, ich bin der neue, was weiß ich, gleich Bad Wars, äh, gleich Sky Wars. Ja, okay, die Runde war schon mal ein bisschen entspannt. Sehen wir uns gleich lang. Irgend mehr Scheiße. Egal, tschüss. Und damit willkommen in der nächsten Runde. Was? Ähm, ich habe gesagt, und damit willkommen in der nächsten Runde. Nö, bin ich jetzt nicht so. Junge, warum klingelt da jetzt warm? Nö, bitte nicht. Junge, nein! Boah! Wer ist denn das jetzt, der dich da anruft? Das ist deine hässliche Mutter. Zu Beiseth wird in der Aufnahme angerufen. Immer diese Mütze. Hast du eigentlich schon mal bei Subway gegessen? Herr Subway Z, sind Sie wieder da? Junge. Hören Sie mich? Ja! Haben Sie schon mal bei Subway gegessen? Ja! Mögen Sie das, oder nicht? Ja! Chicken Teriyaki, Mann! Ich habe einmal so ein Sandwich gekauft für so eine 12 Stunden Fahrt nach Frankreich, wo wir Klassenfahrt waren. Und dann habe ich das nicht gegessen und weggeschmissen. Junge! Ohne Witz, das sollte man geschlagen, Alter! Jetzt hätten die Kinder in Afrika noch essen können. Sollte man in die Subway-Kammer stecken, Alter! Das hätten halt die Kinder echt noch essen können in Afrika. Das ist nicht gut. Glaub ich eher nicht. Ja, doch. Das war noch nicht so verschimmelt. Das müsste man aber nach Afrika transportieren. Jetzt erst mal so einen Gluckreißer machen. Genau. Oh, moin! Ja, moin! Hast du Rüstung? Ich habe alles. Ich habe keine Hose. Ich habe keine Hose. Ich habe hier eine hingedroppt. Ich habe besser das Equip als du, meinst du? Ja, meine ich. Das ist süß von dir. WTF. Ach genau, Subway-Set kann auch Ocarina spielen. Nein, kann ich nicht. Doch, doch. Das ist so eine Blöte. Ja, komm jetzt hör mal auf hier. Bord du mal weiter, weil ich kriege irgendwann Fress rein. Ich will das nicht vorspielen hier. Da sind übrigens Leute in der Mitte, also wir sollten es hochbauen. Stopp. Alter. Alter, Junge, ich habe dich gesaved. Glaube ich. Vielleicht. Nee, eigentlich nicht so. Warte. Warte. Okay. Warten Sie. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie. Kommen Sie, kommen Sie. Ich brauche Hilfe. Alter, was für ein Move. Junge, das ist ein richtige MLG-Typen. Ja, easy, Alter. Was war denn das für ein easy Kill? Ja, 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 komm du mit deiner Kill, Laura. Wir haben den gleichen Kleid, Junge. Hä? Ich streng mich hier legit an und du kommst mit deiner Kill, Laura so. Hä? Die werden die Dia-Schuhe dauernd weggeschmissen, obwohl ich nur Eisenschuhe habe. Das verstehe ich nicht. So, jetzt aber. Vielleicht liegt es auch an deiner Intelligenz. Vielleicht, ja. Vielleicht auch nicht. Wann habe ich was? Was die MLG-Typen hier abfangen, Alter? Bam, bam, bam. Oh, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Ah, die Kopfwebe. Ah, die Kopfwebe. Die ist böse, die ist böse, die ist böse. Hilfe, Hilfe. Ja, ja, ich hole den anderen. Danke sehr. Junge, diese Aura ist geil. Och. LOL. Der Typ, der hat die Ender-Pferle geworfen und in dem Moment habe ich ihn abgeworfen. Ich kenne keinen anderen Lattecker, der so oft sagt, oh ja, diese Kill, Laura. Oh ja, wie heißt das? Junge, ich sage das immer. Das sage ich auch bei jedem Client. Einfach immer so, mhm, mhm, Kill, Laura. Hast du ein Crafting-Table? So, du kannst so ein Gourmet-Kill-Aura-Bewertungsvideo machen, Alter. Ja, muss man echt machen. Schau mal, ich habe was Schönes für dich. Oh, danke, SavoyZ. Ah, ich behalte mir natürlich das Meist. Danke, großer SavoyZ. Du bist mein Sponsor jetzt. Idol. Nee, du doch nicht. Wie alt bist du? Fettsack. Äh, 16. Ja, und wann bist du geboren? 2001, Juli. Ja, toll. Ja, okay, na, dann bin ich jälter als du. Haha. Nee, oder? Ja, doch einen Monat. Nee. Darfst du in Österreich auch schon Bier kaufen? Haha. Äh, ja, natürlich darf ich hier nichts tun. Loll! Was ist passiert? Warum ist der runtergefallen? Wir dürfen alles, und in Niederösterreich, das ist halt ein anderes Bundesland, äh, bei uns, sonst, äh, da kannst du sogar mit 16 schon Wodka trinken. What? Ja. Okay, das ist crazy. Ja, in der Tat. Haha. Ja, dann würde ich sagen, schau mal bei SavoyZ vorbei, oder lasst es auch. Würde ich auch sagen. Ähm, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bei SavoyZ, da machen wir nämlich auch ein Video zusammen. Ja, moin. Und, ja, kauft Skash, 10 Euro, und dann, ciao. Bei mir, Kappa? Nein, bei mir. Nee, bei mir? Nein, bei mir. Bei mir! Bei mir! Okay, ciao. Okay, tschüss.